Hey Leute und willkommen zurück zu Dragon Ball Legends Ich Ja, aber ich soll euch sagen, einerseits bin ich begeistert Und andererseits muss ich sagen Mäh Ihr habt es schon gesehen am Video Titel und am Thumbnail Dragon Ball Legends Battle Royale Erstmal nicht in Panik ausraten Es ist nicht so schlimm wie ihr denkt, es geht nur um ein Event Was genau könnt ihr euch ingame ansehen? Ihr geht einfach auf Menü, links oben auf Neues Und dann steht auch ganz groß oben Legends Battle Royale Und dann drückt ihr hier unten auf Klick hier für weitere Infos Dann kommt euch auf eure Internetseite Die wir uns jetzt mal ganz kurz ansehen Denn wie gesagt, einerseits ist es mega geil Andererseits ist es so Der Twitter Post war nicht so erfolgreich Die Leute haben alle darunter gepostet Ja, da kommen die ganzen Disconnector weiter und Cheater Mal gucken wie es wirklich so wird Wir werden es erfahren Ab einem gewissen Datum Was wir uns gleich mal angucken Leute, hier nochmal das alte Intro Da ich jetzt die Abstimmung noch nicht weiß, wie es ausgegangen ist Leute, los geht's So, hier kommt ihr hin Wenn ihr auf diesen Link drückt Im Spiel, also ingame einfach drauf drückt Und dann zack, kommt ihr auf diese Internetseite Dragon Ball Legends Showdown in Las Vegas Schon mal mega geil, oder? Das sieht halt echt schon mal mega nice und gut aus Kann man sich nicht beschweren, finde ich geil Ich finde auch das Event an sich mehr geil Und es geht darum nämlich Wer ist der stärkste Kämpfer auf Erden? Und das Ganze wird ohne Scheiß Am 25.05.2019 In fucking Las Vegas Im Luxor Hotel Ausgetragen Das ist so, wirklich so Mindblowing, Leute Das ist einfach mega krass Und ja, das Ganze findet so statt Ihr könnt alle Daran teilnehmen Zu gewissen Zeitpunkten Dann wird der Sieger ausgewählt Blablabla Der muss dann die Anmeldebedingungen unterschreiben Blablabla Und es werden insgesamt 16 Kämpfer Dort dann vor Ort sein Vor Ort, Leute 16 Leute werden nach Las Vegas Eingeflogen Drei von Japan Drei von Asien Fünf aus der USA Und fünf aus Europa Ich bin so fucking gespannt Ob es ein deutschsprachiger Spieler schafft Gerne jetzt schon mal eure Meinung in die Kommentare Denkt ihr Es wird ein deutschsprachiger Spieler dabei sein? Kann das funktionieren? Also Deutschland, Österreich, Schweiz Wir wissen alle, dass Deutschland ein riesiges Mobile Game Land ist Man muss es so sagen Mobile Games sind in Deutschland vor allem sehr, sehr beliebt Also ich kann mir schon vorstellen Also es funktioniert, dass da jemand reinkommt Aber da bin ich mal auf eure Meinung gespannt Denkt ihr wirklich? Es kommt ein Deutscher da rein? Ich bin echt gespannt Ja, da gibt es noch Preise Wo ich sagen muss Ich hätte am liebsten Glaube ich den Trostpreis Also der Siegespreis Er bekommt einen Mr. Satan Champion Gürtel Also so einen aus dem Wrestling sozusagen Diese Champion Gürtel kennt ihr ja Mr. Satan Gürtel, Leute Und die originale Kleidung Für Charlotte Die im Spiel verwendet werden kann Ja Für euch zum Anziehen Die Kleidung, Leute Die Kleidung Platz 2 bekommt ein Turnier Gedenktrophäe Bin ich auch schon mega dabei Hätte ich auch gern Mega nice Mega nice Also Platz 2 bis Platz 8 Und der Trostpreis Also die anderen 8 Die nicht in die Top 8 gekommen sind Finde ich auch geil Hätte ich auch gern Eine Original Turnierjacke Alter wie geil ist das denn Man kann es dir in 10 Jahren noch angeben Finde ich mega geil Und dazu noch eine Original Kleidung für Charlotte Die im Spiel verwendet werden kann Also diese Jacke die er gewinnt Wenn ihr Platz 8 bis Platz 16 werdet in Las Vegas Dann bekommt ihr auch das für Charlotte in game Das finde ich geil Finde ich geil Ich denke Ich würde dann online Nur mehr Charlotte spielen Ich könnte es nie wieder ablegen Finde ich mega geil Finde ich mega geil Und ja Es geht um die Legends Battle Royale Ist schon mal cool Es sieht alles gut gemacht aus Man muss es schon Man muss sie auch schon loben Man muss sie auch schon loben Was ist Legends Battle Royale Das sind Matches auf einem hohen Niveau Bei denen Spieler aus aller Welt Mit dem selben maximalen Level Und Grenzüberwindungsrang Täglich für einen begrenzten Zeitraum Gegeneinander antreten können Also sehr fair Muss man schon mal sagen Da ist halt die Frage noch Es steht halt immer im Raum die Frage Wie ist es dann mit den Disconnectern Mit den Cheatern und so weiter Wer absichtlich sein Internet bescheißt Und so weiter Schwer Wie gesagt auf Twitter Könnt ihr aber auf Twitter gehen Auf die offizielle Dragon Ball Legends Twitter Account Das seht ihr schon Die Kommentare sind echt Natürlich ist es cool Aber viele haben halt Angst Dass 16 Cheater nach Las Vegas fliegen Ganz ehrlich Ist eine begründete Angst Muss man so sagen Muss man so sagen Das Ganze ist so Ab 6.03. bis 13.03. Ist diese Veranstaltung Also dieses Legends Battle Royale Weil sozusagen im Spiel Immer Jeden Tag Von 13.00 bis 15.00 Uhr Von 21.00 bis 23.00 Uhr Und von 3.00 bis 5.00 Uhr Könnt ihr dann was spielen Okay Turnierteilnahme Das Menü Legends Battle Royale Kann dann im Online-Kampf Ausgewählt werden Ganz einfach Kann nur in einem bestimmten Zeitraum Gespielt werden Wie wir gerade gesagt haben Und zum Spielen Wird ein Teilnahmeticket Benötigt Also Das gehen sie da unten Da gehen sie noch genauer drauf ein Datum und Uhrzeit Für die Verteilung Von Teilnahmetickets Immer Um 7.00 Uhr morgens Ne Verteilung von Also täglich bekommt man Drei Tickets So Am 6.00 Am 7.00 Am 8.00 Am 9.00 Am 10.00 Und am 11.00 Bekommt man jeweils Ab 7.00 Uhr morgens Bis 7.00 Uhr morgens Wieder Also einen kompletten Tag Hat man Zeit Sich einzuloggen An diesen 1, 2, 3, 4, 5 Tagen Und dann kriegt man Jeweils Also drei Tickets Also 3, 6, 9, 12, 15, 18 Tickets Und diese 18 Tickets Können dann benutzen Eben von 6.00 Bis 13.00 Zu den jeweiligen Uhrzeiten 13.00 bis 15.00 Uhr Klingt ganz cool Ich denke Ich würde eher 21.00 bis 23.00 Uhr spielen Leute By the way Natürlich spielen ich da auch mit Wir werden da alle mitspielen Hoffentlich Leute Holt euch jeden Tag dann Ab 6.00 Eure Tickets Und wenn einer von euch Ganz ganz krass ist Wäre das ziemlich geil von euch Wenn ihr das aufnehmen könntet Also einfach euer Handy Screen Caption Nicht am PC oder irgendwas Einfach nur euer Handy Euren Handy Bildschirm aufnehmen Es gibt ja zig Programme Und mir das irgendwie zukommen lassen Wenn jemand wirklich krass ist Kann ich euch dann in den Videos Diese Leute präsentieren Also eure Chance Hier auch mal auf meinem Kanal In einem Video Dabei zu sein Wenn ihr krass Alles abrasiert Bin ich sehr gespannt Und ja Wir werden hier auch natürlich Alle 18 Tickets Am Kanal hier benutzen Das wird das erste Fette Riesige Event In Dragon Ball Legends Wo wir hier auch Mitspielen können Und was ich euch zeigen kann Das finde ich mega geil Also ich freue mich schon sehr drauf Wir könnten auch versuchen Ein Livestream zu machen Ruhe bitte durch Leute Das ist jetzt zu viel für das Video Aber ich wollte euch umblick zeigen Dass es da ist Und ich im Hype bin Nämlich selber mitzuspielen Und vielleicht auch einige Pros Unter euch zu sehen Beziehungsweise sie euch zeigen zu können Wäre halt echt geil Das wäre das erste Fette Dragon Ball Legends Turnier Was wir hier im Kanal Richtig präsentieren können Das wäre der Oberhammer Das wäre der Oberhammer Und vielleicht Ist ja einer von euch dabei Ich bin es bestimmt nicht Aber vielleicht ist ja einer von euch dabei Der es wirklich schafft Nach Las Vegas Dann kriege ich die Tür Auf keinen Fall zu Alter Dann hast du nämlich mindestens Eine fucking geile Jacke Einen Flug nach Las Vegas bekommen Und so weiter Leute wie gesagt Lest euch alles genau durch Ich habe jetzt nicht alles genau gelesen Also Mindestalter Bla 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 Das interessiert mich ja eigentlich Nicht so Ich bin alt Ich muss das nicht lesen Auf jeden Fall Gerne alles durchlesen Informiert euch Guckt euch das ganz in Ruhe Ganz genau an Und Nehmt euch Wirklich Zeit Für eure Tickets Macht sie nicht Um 13 Uhr Dann auf dem Heimweg von der Schule Im Bus oder so Wirklich Setzt euch in Ruhe hin Und macht eure Kämpfe Es geht hier um etwas Leute Das muss man echt Nutzen In Ruhe Sorgt dafür Dass ihr geiles WLAN habt Und so weiter und so weiter Wirklich in Ruhe benutzen Aber ja Sobald das Event da beginnt Am 6.3. War das jetzt Ne Ne Bisschen runter Bisschen runter Bisschen runter Bisschen runter Bisschen runter So Sobald das Event am 6.3. beginnt Werden wir natürlich auch ein Video dazu machen Dann werde ich euch alles noch ein bisschen genauer erläutern Und meine ersten drei Kämpfe werden wir hoffentlich schaffen aufzunehmen Ich bin sehr gespannt Ich habe schon ein bisschen Angst Ich werde viel üben müssen noch Und viel spielen vorher Und vor allem viel Soulboost Ja Aber Leute Was sagt ihr nun zu diesem Las Vegas Event Was sagt ihr zu diesem Battle Royale System Und so weiter und so weiter Habt ihr Bock drauf Habt ihr Angst dass alle cheaten Schreibt mir nicht mal da Ich bin sehr sehr gespannt Und wie gesagt Einerseits bin ich mega im Hype Da das das Größte ist Was wir jemals in Dragon Ball Legends bisher hatten Und andererseits Habe ich Angst Disconnector Wie gesagt Cheater und so weiter Muss man aufpassen Aber ich hoffe Dass die einfach dann gesperrt werden Ganz einfach Ganz einfach Leute Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt Lasst euch ein Abo auf diesem Kanal da Gestern gab es drei Dragon Ball Videos Ein Video Zu Super Dragon Ball Heroes Mega geil Ein Video Zu Dokkan Battle Mega geil Und ein Dragon Ball Legends Video Gestern gab es drei Dragon Ball Videos Schaut da gerne rein Und ich glaube heute kam auch ein Jump Force Video Es gibt so viele Videos Schaut auf meinen Kanal vorbei Lasst ein Abo da Werdet Teil der Community Wenn ihr nichts auf jeden Fall Von diesem Las Vegas Event Battle Royale verpassen wollt Hier werdet ihr auf jeden Fall Alles sehen dazu Verspreche euch Leute Viel Spaß Haut rein Und ciao Bis zum nächsten Mal